Hi Leute, heute gibt es wieder eine kleine Spezialübung für euch. Ihr seht schon, ich habe meinen Power Breeder dabei. Ich habe eine Schüssel mit Wasser und was werde ich jetzt machen? Ich werde Liegestützen machen und immer beim nach unten gehen werde ich zweimal ein- und ausatmen. So habe ich dann ein bisschen eine simulierte Atmung im Wasser. Ihr könnt das natürlich zu Hause mit eurem normalen Schnorchel machen oder natürlich auch ohne Schnorchel. Ihr könnt auch die Schüssel weglassen, wenn euch das nicht cool genug ist, aber ich werde das jetzt mal machen und ausprobieren. Ich werde immer acht Liegestützen machen, acht bis zehn, unten ein bisschen das Ganze halten, schöne breite A-Ausführung und dann geht es los. Okay. 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 ich bin natürlich ein bisschen nass jetzt, wie gesagt probiert es zuhause aus, es macht auf jeden Fall Spaß und sorgt für Lache in eurem Umfeld, ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag, bis morgen, euer Dominik, ciao, ciao. Hi Leute, heute gibt es mal eine kleine Übung für unsere seitliche und vordere Bauchmuskulatur, dafür gehen wir in den Unterarmstütz, Ellenbogen aufsetzen, Unterarm, das obere Bein mit der Sohle auf den Boden, das untere legen wir darüber, dann nehmen wir den anderen Arm an den Hinterkopf, schön Körper eine gerade bilden und dann gehen wir mit dem oberen Ellenbogen und dem unteren Knie zusammen, schön vor dem Körper, danach wieder schön strecken, zack und wieder strecken, das Ganze zehnmal, danach Seitenwechsel und das Ganze in drei bis vier Sätzen, ich freue mich auf eure Videos, macht's gut, bis morgen, ciao, ciao. Heute gibt es mal wieder eine Übung in unseren 40 Tagen für die Stabilität, für die Körperspannung, aber auch für den Bauch, für die gesamte Vorderkörpermuskulatur und was machen wir, wir gehen in die Liegestützposition, Arme, Beine ein bisschen enger zusammen, jetzt nicht zu breit und dann gehen wir einfach aus dieser Position langsam diagonal gestreckt nach oben, Arme strecken, Beine strecken, Gleichgewicht halten, ausbalancieren, ungefähr fünf Sekunden halten, danach Seitwechsel und wieder Gleichgewicht halten und schön strecken. Das Ganze machen wir viermal 90 Sekunden, also nehmt euch ein Handy oder eine Stoppuhr zur Seite, viermal 90 Sekunden und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Übung. Haltet durch und macht's gut, euer Dominik, ciao, ciao.